Hallo, mein Name ist Alexander Fisches. Bei Rotenberger kümmere ich mich um die Biegelwerkzeuge und heute zeige ich euch unseren neuen Roben 4000 E. Der Roben 4000 E ist eine akkubetriebene Biegemaschine. Mit unserem neuen Biegegerät könnt ihr Rohre aus Kupfer bis zu einem Durchmesser von 35 Millimetern oder 1,8 Zoll biegen oder Rohre aus Edelstahl oder C-Stahl bis zu einem Durchmesser von 28 Millimetern oder 1,8 Zoll. Das Biegen ist eine großartige Möglichkeit die Anzahl der Rohrverbindungen zu reduzieren. Somit reduziert ihr auch das Risiko von Leckagen. Das ist vor allem in der Kälteklimatechnik interessant, da dort das Kältemittel deutlich flüchtiger ist als Wasser. Biegen spart außerdem Fittings ein und damit Geld. Da unser Roben 4000 E Akku betrieben ist, seid ihr auf der Baustelle komplett unabhängig von Steckdosen und könnt sofort loslegen. Wir bei Rotenberger benutzen die Akkus des Cordless Alliance Systems, dem ersten herstellerübergreifenden Akkusystem für Werkzeuge. Mit diesem Akku könnt ihr derzeit über 200 Elektrowerkzeuge von 20 Marken betreiben. Mit unserem Roben 4000 E könnt ihr sehr schnell maßgenaue Bögen hintereinander erstellen. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Zuerst, Safety First, ziehen wir unsere Randschuhe an, nehmen uns hier unser Biegegerät. Wir müssen den Ring hier unten lockern und können dann die Skala entsprechend dem Biegewinkel, den wir biegen wollen, bewegen. In diesem Fall wollen wir einen Biegewinkel von 90 Grad erreichen, deswegen stellen wir die Anzeige auf 90 Grad. Danach fixieren wir das Rad und die Maschine ist jetzt eingestellt und man kann mit dem Biegen beginnen. Nachdem wir die Maschine eingestellt haben, nehmen wir jetzt unser Zubehör zur Hand, um das Rohr zu biegen. Zuallererst nehmen wir unser Biegesegment für 28 Millimeter Rohr, legen es auf die Maschine drauf. Danach nehmen wir unseren Biegeschuh für 28 Millimeter Rohr, unsere Kleidschuheachse, unser Biegespray und natürlich nicht zu vergessen unser 28 Millimeter Kupferrohr. Zuallererst besprühen wir den Biegeschuh mit Biegespray, nehmen dann unser Kupferrohr, legen es in die Maschine ein und fixieren es zusammen mit dem Biegeschuh und der dazugehörigen Kleidschuheachse. Das einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Vorwärtsgang einzulegen und die Maschine anzuschalten. Den Rest macht die Maschine von allein. Durch die Biegewinkelvoreinstellung hört die Maschine beim Erreichen des Biegewinkels auf das Rohr zu biegen. Wie ihr jetzt gesehen habt, haben wir unseren 90 Grad Hohen erreicht. Die Maschine hat automatisch aufgehört, das Rohr zu biegen. Was wir jetzt machen müssen, ist den Rückwärtsgang bei der Maschine einzulegen und das Rohr zurückzufahren. Jetzt ist das Segment komplett zurückgefahren. Wir können jetzt die Kleidschuheachse entnehmen, den Biegeschuh und unser Rohr. Wie ihr sehen könnt, hat man bei dem Rohr keine Wellen auf der Innenseite und auf der Außenseite habt ihr auch keine Abflachung. Ihr fragt euch bestimmt, warum das Rohr jetzt so sauber gebogen werden konnte. Das liegt an unserem Rohloop Biegeschuh. Rohloop steht für Rotenberger Lubrication und bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes, dass das Biegen wie gespielt läuft. Unser Rohloop Biegeschuh ist gebogen und liegt dadurch an zwei Punkten hier und hier am Rohr auf. Damit verteilt er die Kraft auf dem Rohr gleichmäßiger und auch das Biegespray gleichmäßiger über das Rohr. Solche Bögen mit dem Rohloop Biegeschuh sehen nicht nur besser aus, sondern sie sind auch besser für den Fluss des Mediums im Rohr. Unser Rohband 4000 E hat außerdem integrierte Standfüße im Gehäuse. Und zwar hier, hier, hier und hier. Diese Standfüße sollen es euch ermöglichen, optimal auf der Werkbank arbeiten zu können. Außerdem hat der Rohband 4000 E eine Aufnahme für ein Dreibein, mit dem ihr eine angenehmere Arbeitshöhe erreicht. Das Biegen von Rohren ist nur ein Schritt im Installationsprozess. Rotenberger bietet noch weitere akkubetriebene Werkzeuge an, die euch das Leben auf der Baustelle erleichtern. Wie zum Beispiel unsere akkubetriebene Pressmaschine Rohmax Compact TT sowie unsere Pressmaschine Rohmax 4000. Weitere Informationen zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung der Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. ansch Ut Mac ... Musik ... Kommunikation ...